Willkommen zu diesem Video, schön, dass du wieder eingeschalten hast und heute möchte ich mit dir über ein Thema sprechen, was ich letztens so ein bisschen mitbekommen habe oder immer wieder sehe auf bestimmten Seiten. Und zwar finde dein Glück, finde deine Passion, lebe deinen Traum und so weiter. Und da will ich ein paar Gedanken heute mit euch teilen zu diesem ganzen Glück und Freude und Traum und was eben alles dazugehört. Deswegen bis gleich. So, erstmal so geil, dass du wieder eingeschalten hast. Also wenn du ein wiederkehrender Zuschauer bist, dann vielen lieben Dank für deinen Zeitinvest. Wenn du jemand Neues bist, der mich vielleicht noch nicht kennt, ich bin der Jonas, schön, dass du hier da bist. Bei uns geht es hier auf dem Kanal alles rund um Business, Bewusstheit, Energie und Investments. Und heute gehen wir so ein bisschen in das Thema Bewusstheit rein, aber auch geknüpft mit Business. Ich glaube, ich mache auch mal bald ein Investment-Video. Da habe ich nämlich auch ein paar spannende Punkte zu teilen. Aber heute erstmal wieder zum Thema Glück. Ah, du kannst mir gerne in die Kommentare auch reinschreiben, in welchem Bereich du vor allem gerade Interesse hast, dass ich Videos produziere. Im Bereich Finanzen, Investments, Business, Bewusstheit, Energie. Was interessiert dich gerade vor allem? Okay, also finde Glück. Finde Erfolg. Sei erfolgreich. Finde deinen Weg. Kennt ihr solche Aussagen? Und was mich da so ein bisschen stört, ist dieses Finde. Du kannst das nicht finden. Du kannst das nicht suchen. Sondern entweder du nimmst es wahr oder du nimmst es nicht wahr. Oder? Schau mal, ich habe zum Beispiel mal, für die, die jetzt schon meine Videos ein bisschen länger verfolgen oder die letzten Wochen verfolgt haben, ich habe mir das Mantra gesetzt dieses Jahr mit, ich mache nur noch das, was mir Freude bereitet. Ich produziere nur noch Themen und Videos, die mir Freude bereiten. Ich arbeite nur noch mit Menschen, die mir Freude bereiten. Ich gehe in Projekte rein, die mir Freude bereiten. Und überall, wo ich merke, da geht die Freude weg, cutte ich es raus. Und in diesem Moment, wenn ich der Freude folge, bin ich glücklich. Dann habe ich Energie. Dann geht es mir gut. Aber in dem Moment, wo ich nicht mehr der Freude folge, merke ich, wie was blockiert. Wie auf einmal Energie verloren geht. Wie ich auf einmal müde werde. Wie auf einmal alles droppt. Und jetzt kommen halt viele und sagen, wie finde ich jetzt wieder das Glück. Indem du deiner Freude folgst. Jetzt habe ich vielleicht viel zu früh schon die Lösung gegeben in diesem YouTube-Video. Aber es muss ja auch nicht immer so lange sein. Es muss ja auch nicht immer so lange sein, das Video. Schau mal, Menschen, die in diesem Ding drin sind, dass sie sagen, sie sind unzufrieden, sie sind unglücklich, sie zweifeln. Die sind in diesem Zustand ganz oft, nicht immer, aber ganz oft, weil sie es selbst gewählt haben, in diesem Zustand zu sein. Und weil sie auch, weil es eine Seite in ihnen gibt, die genau das gut findet. Oder geil findet sogar. Weil diese Seite will dich ja beschützen. Zum Beispiel kann es sein, dass du in einer Opferposition bist. Also, dass du zum Beispiel nicht gesehen wirst, du wirst gehänselt und so weiter. Weil du in dieser Position die Aufmerksamkeit bekommst, die du in einer anderen Position nicht bekommst. Also bleibst du in der Opferposition, damit du weiterhin die Liebe bekommst, weil du nicht daran glaubst, sie in einer anderen Position auch zu bekommen. Also schützt du dich selbst, indem du weiterhin das Opfer bleibst. Das ist nur ein Beispiel. Es gibt unzählige andere Beispiele. Oder du bleibst arm. Anderes Beispiel. Gehen wir zum Thema Geld. Du willst Geld verdienen, du willst Geld verdienen, aber immer wieder, egal was du tust, irgendwie kommst du nicht voran. Irgendwie bleibst du stagnieren mit deinem Geld. Auch wenn du mal einen Job hast von 2.000, 3.000 Euro oder du bekommst einen Weihnachtsbonus, nach zwei Monaten ist das Geld wieder weg. Weil dann irgendwie eine Rechnung von einer Waschmaschine reinkam. Oder Autoreparatur. Oder irgendwas Unerwartetes. Und das Geld ist weg. Und dann wiederholt sich das im nächsten Jahr. Und so weiter. Und irgendwie baut sich dein Vermögen nicht auf. Weil du vielleicht auch irgendwie die Lebendigkeit und die Ekstase geil findest, jedes Mal zu struggeln. Jedes Mal der Held deiner Geschichte zu sein. Jedes Mal immer wieder rauszukommen aus dieser Notlage. Vielleicht magst du das auch. Diese Lebendigkeit. Und Lebendigkeit ist ein ganz, ganz großes Thema, weil der Mensch möchte sich immer lebendig fühlen. Der möchte Ekstase verspüren. Und wenn wir uns selbst diese Ekstase und diese Lebendigkeit nicht geben, dann schaffen wir uns Räume, in denen wir dann entweder Opfer oder Täter oder Helfer sind, wo wir uns lebendig fühlen können. Und dann sind wir im Dramadreieck gefangen. Ja, wie zum Beispiel das Opfer mit der Anerkennung, der Täter mit dem Held, ich muss jetzt was machen, ich muss was schaffen, damit ich wieder Geld erwirtschafte, dass wieder Geld reinkommt. Oder aber auch der Helfer, der seine Lebendigkeit immer daraus holt, dass er immer für andere da ist. Ich bin immer für andere da. Das sind die Harmonie-Typen. Das sind ganz oft die Harmonie-Typen. Ja. So, und du bist im Dramadreieck dann gefangen. Weil du nicht, du lebst das Leben von anderen, aber nicht dein eigenes Leben. Du lebst das Leben deiner Schatten, aber nicht dein eigenes Leben. Du lebst das Leben deiner Rolle, deiner Heldenrolle, aber nicht dein eigenes Leben. Also du lebst nicht deinen Traum. Und dein Traum ist es, nicht irgendwas fern in der Zukunft, das ist auch immer geil. Ein Traum ist nicht etwas, was fern in der Zukunft liegt, sondern was im Jetzt ist. Und deswegen, wir dürfen uns, wir dürfen lernen, wir dürfen Wünsche und Träume und so weiter für die Zukunft haben. Aber es bringt dir gar nichts, wenn du im Jetzt unglücklich bist. Das heißt, deine allererste Aufgabe ist es, im Jetzt glücklich zu sein, nicht dein Glück zu finden, weil du kannst genau jetzt, genau jetzt glücklich sein. Genau jetzt. Also wenn du vorher die ganze Zeit immer unglücklich warst, könntest du jetzt glücklich sein. Wie? Indem du in die Freude gehst. Was bereitet dir Freude? Bereitet dir jetzt gerade Freude, mir hier zuzuschauen? Ja oder nein? Wenn nein, bitte schalt aus. Ja. Wenn ja, wunderbar. Was bereitet dir Freude? Zeit mit deinen Kindern zu verbringen. Okay, bereitet dir Freude. Jetzt vielleicht aber auch, vielleicht sind die Kinder ja doch auch mal ein bisschen zu viel. Vielleicht würde es dir eher Freude bereiten, mal mit deinem Partner wieder Zeit alleine zu verbringen. Okay, dann mach das. Hol dir einen Babysitter. Frag die Eltern. Frag Großeltern. Frag Schwester, Onkel. Irgendjemand, ein Kumpel, eine Freundin. Ob die mal einen Abend aufpassen können auf die Kinder für ein paar Stunden, dass du mit deinem Partner Zeit verbringen kannst. Wenn du das Gefühl hast, das würde dir Freude bringen. Also, was bereitet dir Freude? Und wir haben schon mal darüber geredet. Bitte Freude nicht zu verwechseln mit Komfortzone. Freude ist ja alles. Wenn du zum Beispiel merkst, oh krass, oh diese Herausforderung, das macht was mit mir, das fiebert mich an. Dann go for it. Und nicht, na nee, dann muss ich aber das und das opfern. Dann kann ich nicht mehr das machen. Dann kann ich nicht mehr jenes tun. Auch dann bist du nicht mehr in deiner Freude und auch dann wirst du nicht glücklich sein. Weil zum Beispiel, wenn du dich jetzt sagst, oh ich würde jetzt, ich hätte voll die Freude jetzt, ein ganz einfaches Beispiel. Ich hätte mega die Freude jetzt rauszugehen, spazieren. Und du entscheidest dich aber dann doch für Netflix, weil draußen ist kalt und irgendwie will ich nicht und so weiter. Wirst du dich nach Netflix schlecht fühlen? Warum? Weil du nicht deiner Freude gefühlt, weil du nicht deiner Freude gefolgt bist. Und wenn du jetzt aber zum Beispiel sagst, oh ich hätte jetzt voll die Freude, einen Film anzuschauen, willst du dich danach trotzdem gut fühlen? Weißt du, was ich meine? Also was ist wahrhaftig intuitiv jetzt gerade deine Freude? Auf was hättest du maximal Lust? So, bei mir ist es jetzt, also jetzt gerade ist es natürlich das Video aufnehmen. Und danach möchte ich das Video schneiden, da habe ich auch mega Bock drauf. Und dann gucken wir mal, dann gehe ich mal weiter, was, jetzt spüre ich mal rein, was fühlt sich gut an? Ich schaue mal ein bisschen raus, lasse mich ein bisschen inspirieren. Ich würde gerne auf jeden Fall ein bisschen lesen, also ich hätte richtig Lust heute zu lesen. Das würde mir richtig viel Freude geben. Und was Leckeres zu essen. Ja, raus, raus fühle ich jetzt heute weniger, vielleicht. Ja, da merkt man schon so, heute raus, Freude. So, jetzt kommt mein Kopf, der sagt, es wäre schon gut, um in der Bewegung zu sein. Aber meine Freude sagt eigentlich gerade, nee, heute nicht. So, das Ding ist jetzt aber, jetzt kann man natürlich sagen, ja, wenn du jetzt jeden Tag nie Freude hast, rauszugehen. Das ist nicht so. Wenn du deiner Intuition folgst, dann ist das nicht so. Weil es gibt viele Tage, wo ich Lust habe, rauszugehen und dann gehe ich auch raus. Ja, so, also da muss man, das ist wirklich sehr, das ist sehr fein. Ja, da muss man wirklich unterscheiden zwischen Ego, also Komfortzone, zwischen Intuition und zwischen, okay, was muss jetzt gemacht werden, auch wenn es jetzt vielleicht jetzt gerade nicht die Freude bringt, was muss gemacht werden. Also, wenn das Finanzamt halt vor der Tür steht und du musst Steuern machen, dann ist es scheißegal, ob du Freude hast oder nicht. Du musst es halt machen. Aber jetzt kommt ein Clou. Du hast ja sehr lange Zeit, um die Steuern zu machen. Es ist ja nicht so, dass das Finanzamt schreibt, so, bis morgen musst du die Steuern gemacht haben. Sondern die sagen, hey, du hast ein oder ich glaube sogar zwei Jahre Zeit, deine Steuern von vor ein, zwei Jahren zu machen. Also, du hast ja einen langen Gap. So, die Frage ist halt, wann widmest du dich dem? Ja, und wie kann ich es vielleicht, jetzt wird es spannend, wie schaffe ich eine unangenehme Aufgabe in eine angenehme Aufgabe zu verwandeln, wo ich sogar vielleicht Freude habe? Und ich gebe dir jetzt einen Tipp. Ich habe mir ein Laufband bestellt. Das müsste jetzt die nächsten Tage eigentlich kommen, vielleicht, also Mitte, Ende Januar. So. Und ich hasse Laufen. Ich mag Joggen nicht. Ich mag es nicht mal zu, also grundsätzlich bin ich jetzt auch nicht unbedingt, wenn ich mich zwischen Sitzen bzw. Liegen und zwischen Gehen entscheiden könnte, würde ich sitzen und liegen. Erstmal grundsätzlich. Tanz, ich würde sogar eher tanzen wie Gehen. Also, ne, oder klettern wie Joggen. Also, Bewegung, ich habe kein Bewegungsthema, sondern einfach nur das Gehen, das Joggen, das monotone Joggen finde ich absolut langweilig. Aber jetzt kommt der Clou. Jetzt habe ich mir ein Laufband bestellt. So, Jonas, warum bestellst du denn ein Laufband, wenn du keine Freude am Laufen hast? Weil dieses, und da bin ich so dankbar für die Technik, weil dieses Laufband hat einen riesigen Bildschirm, wo ich YouTube anschauen kann, wo ich mich weiterbilden kann, wo ich aber auch Netflix schauen kann. Das heißt, ich kann Weiterbildung und Vergnügen verbinden mit Bewegung. Wie geil ist das? Jetzt sagst du, ja, das hättest du auch draußen machen können mit Podcast. Ich bin kein auditiver Typ. Ich bin visueller Typ. Wie soll ich das draußen machen? Auditiv tut mich total lähmen. Total lähmen. Also ist die Lösung ein Laufband mit Bildschirm, boom, Problem gelöst. Was meint ihr, wenn das Laufband da ist, wie viel ich auf dem Laufband laufen werde? Nicht joggen, nicht unbedingt zwingend joggen, aber halt gehen. In Bewegung sein. Gehen und dabei Voices machen, organisieren, weiterbilden. Ich kann ja alles im Gehen machen, nur ich brauche halt etwas Visuelles vor mir. Und draußen muss ich darauf achten. Auto, Fahrradfahrer, Rase. Das muss ich hier alles nicht. Hier kann ich einfach nur gehen, gehen, gehen. Ist scheißegal und kann mich anderen Dingen widmen. Also ich verbinde die Dinge, die mir keinen Spaß machen, die aber gemacht werden müssen, wenn ich gesund bleiben will, wenn ich meine Steuern machen will. Da kann ich mich nicht davor verschließen, ja, zu mit den Dingen, die ich sowieso tue und die mir Freude bereiten. So, ist das nicht geil? So. Und dann ist es auch nicht mehr so, ah, Komfortzone. Also, jetzt ist es wieder doch wieder länger geworden, ne? Man merkt ja, es sprudelt dann einfach irgendwann. Folge deiner Freude und du wirst glücklich sein. Punkt. Punkt. Für diese Erkenntnis brauchst du auch keinen Coach oder Mentor. Aber wir erzählen uns halt immer wieder die Geschichte und immer wieder kommt ein Glaubenssatz und immer irgendwas zieht uns immer wieder ins alte Muster zurück. Und das ist das Problem und dafür brauchst du einen Coach und einen Mentor. Aber die Grundformel ist total einfach. Weil seit ich jetzt, ich habe jetzt wirklich ganz klar die Entscheidung getroffen. Ihr wisst es, ihr wisst es. Für alle, die neu sind, schaut euch gerne die letzten vier, fünf Videos an. Ich habe die Entscheidung getroffen, ich folge nur noch der Freude. Und seitdem habe ich massiv viel Energie. Mir geht es besser. Ich fühle mich besser. Und ich würde auch behaupten, dass die Qualität meines Contents, meiner Videos von allem auch viel mehr gestiegen sind in so kurzer Zeit. Nur weil ich meiner Freude folge. So. Und ich arbeite auch mehr, also zeitlich mehr. Obwohl es sich nicht nach mehr anfühlt, weil ich meiner Freude folge. Hammergeil. Hammergeil. Und das empfehle ich dir auch. Von daher. hoffe ich, dass dieses etwas kürzere Video im Gegensatz zu den anderen eine Inspiration für dich sein konnte. Und wenn ich dir auch eine kleine Aufgabe, Übung mitgeben kann, darf, dann ist es, dass du einfach mal wirklich auf dem Blatt Papier alles aufschreibst, was dir Freude bereitet. Alles, wo deine Ressourcen sind, wo deine Energie hochgeht. Bei mir ist es Musik, also Musik hören, Tanzen, Clark, auch Computerspiele, Lesen, Spazieren. Witzigerweise schon auch Spazieren gehen. Auch Spazieren gehen. Obwohl ich, das habe ich irgendwie jetzt ein bisschen für mich entdeckt. Einfach hier so meine Route laufen, finde ich schon sehr geil. Was noch, was noch, was noch, was noch. Ja, noch einige Punkte mehr, ist ja auch egal. Ich habe mir das aufgeschrieben in meinem Büchlein. Und dem zu folgen. Oder das zu verbinden mit anderen Sachen. Damit du maximale Freude am Tag hast. So. Und das Ganze ist ein Game. It's just a game. Dazu aber vielleicht mal ein separates Video zum Thema Life is just a game. Ja, abonniere den Kanal. Light die Videos gerne weiter. Auch hier gibt es natürlich wieder eine Verlosung. Ganz kurz auch für die, die sagen, hä, wie Verlosung? Kenne ich nicht, weiß ich nicht. Wenn du das Video likest und meinen Kanal abonniert hast. Und auch hier ein Learning kommentierst. Beziehungsweise mir die Frage auch beantwortest. Was, wie kommst du ins... Glück? Also was, was benötigst du, um glücklich zu sein? Dann bist du... Und, achso, und zum letzten Punkt eine Story in Instagram machst. Wo du den YouTube-Kanal verlinkst. Oder das Video verlinkst. Oder was auch immer. Also irgendeine Verlinkung. Mich bitte auf Instagram immer verlinken. Sonst sehe ich es nicht. Und dann bist du im Lostop. Also liken, abonnieren. Das hast du wahrscheinlich sowieso. Ist ja klar. Dann kommentieren auf YouTube. Übrigens der kreativste Kommentar. Beziehungsweise die kreativste Instagram-Story gewinnt. Ich mache das nicht nach Zufallsprinzip. Sondern ich möchte Kreativität haben. Und ich möchte auch euer Learning haben. Und ich möchte wissen, was ihr mitgenommen habt. Und also einfach ehrlich kommentieren. Aus eurer Sicht. Und die Person, die gewinnt. Die 100 Euro. Schickst du mir Paypal. Ich überweise dir 100 Euro. Fertig. Ist das nicht geil? Also. Mach mit, wenn du Lust hast. Teile meinen Kanal. Teile meine Videos. Für Leute, die vielleicht... Oder verlinke die Leute. Für die, die es... Ja, vielleicht einfach auch eine Inspirationsquelle ist. Und würde ich mich super, super freuen. Ihr wisst, ich gebe hier richtig Gas. Einen Haufen Energie rein. Viel Zeit in den Videoschnitt. Und deswegen... Ja. Würde ich mich ein bisschen über Liebe freuen. Von eurer Seite aus. Und wir sehen uns wieder nächste Woche. Am Donnerstag 19.30 Uhr kommt das nächste Video raus. Mit der nächsten Verlosung. Wir haben noch einige Wochen vor uns. Wo wir Ganze ein bisschen hier pushen an der Stelle. Also. Bis dann.